Willkommen zum Urgeschmack-Podcast mit dem Weg zu einem gesunden Lebenswandel. Mein Name ist Felix Olschewski. In dieser Episode habe ich wieder einen wundervollen Gast, nämlich Julia Tulipan. Magister Julia Tulipan ist Biologin und Ernährungswissenschaftlerin. Seit mehr als zehn Jahren hilft sie als Coach anderen auf ihrem Weg zu Gesundheit und Wohlbefinden und unterstützt leistungsstarke Menschen dabei, ihr Potenzial zu entfalten. Sie sieht den Menschen dabei als Ganzes und greift bei der Betreuung auf einen breiten Wissensfundus zurück. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Gewichtsmanagement, Erschöpfung, Darmbeschwerden und Stoffwechselgesundheit. Ich habe Julias Arbeit vor über zehn Jahren kennengelernt, schon damals im Bereich Ketose und ketogene Ernährung. Und das wird genau das Thema der heutigen Episode sein. Ich werde mit Julia über Ketose sprechen und darüber, wie ketogene Ernährung dabei helfen kann, ganz verschiedene Ziele zu erreichen. Zum einen abnehmen, wenn der Schwabbelbauch weg soll zum Beispiel. Zum anderen aber auch, um chronische oder akute Leiden zu mindern oder vielleicht sogar ganz zu beseitigen. Das werden wir im Laufe des Gesprächs sehen. Ich habe Julias Arbeit immer als sehr fundiert und tiefgehend erlebt. Und auch das heutige Gespräch wird wieder zeigen, wie gut Julia Tulipan sich einfach in diesem Bereich auskennt. Und damit habe ich genug gesagt für die Einleitung. Los geht's! Hallo Julia, schön dich da zu haben. Lieber Felix, danke für die Einladung. Julia, erklär doch bitte kurz, was Ketose ist. Ui, also die Ketose ist eigentlich ein bestimmter Stoffwechselzustand, könnte man sagen, der dann passiert, wenn man zum Beispiel fastet oder wenn man sich sehr kohlenhydratarm ernährt. Das heißt also, wenn man jetzt hört Fasten, wir wissen, das ist also ein natürlicher Zustand. Das heißt, wir kennen das, das ist nichts Außergewöhnliches. Und was im Wesentlichen passiert ist, dass wir unsere Energie, wie soll ich sagen, sozusagen die Hauptenergiequelle wechseln von Kohlenhydraten hin zu Fett und Ketonen. Und diese Ketone, die sind eben namensgebend für die Ketose. Die Ketone, das sind so ganz kleine Stoffwechselmoleküle, ganz kleine Energiemoleküle, kann man sich vorstellen. Und die werden dann in der Leber, in erster Linie in der Leber hergestellt. Es gibt andere Zellen auch, die das machen. Das Gehirn kann das und der Darm und das Herz. Man kommt immer ganz auf neue Sachen drauf. Früher dachte man, das macht nur die Leber. Und die macht dann diese Ketone meistens oder üblicherweise aus Fett. Und der Sinn der ganzen Sache ist dann, dass wenn eben nichts daherkommt, keine Energie oder wenig, dann kann der Körper einerseits hauptsächlich Fette natürlich nutzen zur Energiebereitstellung, aber auch diese Ketone und die können dann zu einem Teil den Zucker ersetzen. Das ist sozusagen der Haupthintergrund, warum sich das der Körper überhaupt antut. Und um in Ketose geraten oder sich in Ketose bringen, für wen ist das sinnvoll und warum sollte man das machen? Also da gibt es ganz, ganz, ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche, Möglichkeiten. Wir können das im Rahmen von Leistungssteigerung sehen, aber bis hin zur wirklichen therapeutischen Anwendung. Das heißt, wir haben da ein ganz breites Spektrum, wo man das machen kann. Grundsätzlich würde ich sagen, ist es ja, weil es eigentlich ein Teil unserer evolutionären Blaupause ist, auch immer mal wieder in dieser Ketose drin zu sein, würde ich sagen, kann jeder eigentlich davon profitieren, das zumindestens mal phasenweise in so ein Jahr einzubauen. Weil es eigentlich so ist, dass wir auch normalerweise in diesen ketogenen Phasen uns befinden würden. Und das kann ich zum Beispiel übers Fasten machen. Also ich muss mich nicht ketogen ernähren, um in die Ketose zu kommen, sondern ich kann einfach mal fasten und jeder, der gefastet hat, der war dann auch schon mal in Ketose. Das heißt, wir haben diesen Aspekt, ja, und sonst ist es eben so, dass wir, wie gesagt, den Bereich Leistungssteigerung haben, bis hin zu, ich möchte wieder Stoffwechsel flexibler werden, also ich möchte wieder unabhängiger von Zucker werden und meine Zellen sollen sich wieder ein bisschen mehr mit Fett und den Ketonen auseinandersetzen, bis hin zu echter therapeutischer Anwendung, wo wir im Bereich von Epilepsie zum Beispiel sind, aber auch bei psychiatrischen Erkrankungen, bei Zystenniere, bei Typ 2 Diabetes, bei Typ 1 Diabetes, bei Autoimmunerkrankungen, potenziell bei Krebserkrankungen, also die Palette, wo man das einsetzen kann, in unterschiedlichster Ausprägung ist da unglaublich groß. Das heißt, jemand, der das therapeutisch einsetzen möchte, wäre, pauschal kann man es sicherlich nicht sagen, aber wäre es bei dem ausreichend, wenn er sagt, ich mache Intervallfasten, oder müsste der tatsächlich noch stärker auf Kohlenhydrat oder Zucker verzichten? Ja, also gerade im therapeutischen Kontext würde ich immer dazu raten, dann auch eine ketogene Ernährung zu machen, denn Intervallfasten oder Fasten kann ich halt nur eine endliche Zeit, sage ich jetzt mal, weil ich kann mir natürlich nicht einfach monatelange nichts essen, aber für die therapeutische Wirkung ist es notwendig, dass ich diesen Zustand so lange wie möglich aufrecht erhalte. Außerdem hat man natürlich, je nachdem welche Erkrankung das ist, auch oft andere Einschränkungen, dass man einfach sagt, die Person sollte eigentlich kein Gewicht verlieren, weil auch das kann natürlich ein Thema sein, gerade jetzt bei Krebs zum Beispiel, da möchte ich auf keinen Fall, dass die Person abnimmt, weil das die Prognose verschlechtert. Es gibt aber auch andere Erkrankungen, wo ich eben keinen Gewichtsverlust möchte. Und auf der anderen Seite habe ich auch immer die Sache mit der Nährstoffversorgung, und ich muss ja auch optimal mit Nährstoffen versorgt sein, und das würde sich dann manchmal auch spießen mit dem Fasten. Das heißt, somit kann ich einfach die Vorteile des Fastens und der Ketose therapeutisch nutzen, aber eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen, Eiweißen, hochwertigen Fetten auch sicherstellen. Und das ist natürlich dann zentral, deswegen würde ich dann immer empfehlen, eher auch wirklich eine therapeutische ketogene Ernährung anzustreben. Das klingt sinnvoll. Wäre es für jemanden, der es nicht therapeutisch nutzt und vielleicht auch nicht unbedingt als Leistungssteigerung, jetzt im ausdrücklichen Sinne wie ein Leistungssportler, also den Otto-Normalverbraucher, den man sich immer vorstellt, wäre es für den sinnvoll, dauerhaft in Ketose zu sein? Nein, ist schwierig zu sagen, also sinnvoll, warum nicht? Also es spricht nichts dagegen, sagen wir so, aber es muss auch nicht sein. Es gibt einfach, wie soll ich sagen, die meisten von uns haben natürlich alle schon, wir haben alle schon den kleinen Stoffwechselknacks abbekommen meistens, weil wir halt 20, 30, 40 Jahre halt kohlenhydratreich gegessen haben und dementsprechend sind die wenigsten noch Stoffwechsel flexibel. Das heißt, dementsprechend ist es oft eine Grauzone, wo beginnt Therapie und wo beginnt Lifestyle. Aber ich würde sagen, für die meisten, die jetzt grundsätzlich sich als gesund betrachten beziehungsweise sagen, na, ein bisschen so eine leichte Insulinresistenz wird vielleicht schon da sein oder so, würde ich sagen, dass man eine zyklische ketogene Ernährung zum Beispiel anwenden kann oder das einfach Phasen im Jahr einbaut und sonst eine Low-Carb-Ernährung zum Beispiel verfolgt. Und das ist wirklich extrem individuell, wie Low-Carb ich sein möchte oder sogar muss. Grundsätzlich möchte ich vielleicht auch vorweg schicken, dass es nicht nur High-Carb und Keto gibt, sondern eben, ich habe eine große, wie soll ich sagen, ein Spektrum dazwischen, ja, wirklich. Und ich kann mich in diesem Kohlenhydratspektrum bewegen und wie stark ich meine Kohlenhydrate einschränken muss oder soll, hängt eigentlich einfach von ganz vielen Faktoren ab. Das ist natürlich Alter, das sind Krankheiten, das ist Bewegungsspektrum, das ist, ja, teilweise auch Geschlecht, das ist ein bisschen eine genetische Prädisposition. Wir haben ganz, ganz viele Faktoren, die da mitspielen und somit kann ich mich einfach in diesem Spektrum bewegen und schauen, was ist gerade jetzt für mich die richtige Menge. Und auch die, das kann sich verändern. Was jetzt für mich gut ist, heißt nicht, dass ich das in zehn Jahren noch so mache oder in zwei Jahren, weil sich ja hoffentlich meine Insulinsensitivität verbessert, weil ich einfach flexibler werde, weil ich vielleicht wieder mehr Freude am Sport oder an der Bewegung habe und somit verändert sich das auch und ist nicht in Stein gemeißelt. Und nur weil ich es jetzt so mache, muss ich das jetzt für immer und ewig so machen. Wenn jetzt jemand nicht mit einem so erfahrenen Coach wie dir in dem Fall arbeiten kann, was wäre denn so, wenn man sagt, ich möchte das einfach mal ausprobieren, ich bin neugierig, jetzt habe ich das hier gehört in dem Podcast, was wäre so der einfachste Einstieg in die Ketose oder ketogene Ernährung? Also der einfachste Einstieg ist wirklich, dass man sich soweit mit Lebensmitteln vertraut macht, dass ich mal weiß, wo sind denn Kohlenhydrate drinnen und wo sind Fette drinnen und wo sind Eiweiße drinnen. Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen von deinen Zuhörern, die da ja schon sehr wissend sind, lächerlich vielleicht klingen oder so, aber ich erlebe das wirklich tagtäglich, dass es allein daran schon scheitert. Das heißt, sich mit Lebensmitteln grundsätzlich mal kurz auseinandersetzen und dann ist das Hauptziel jetzt mal, ich will blutzuckerwirksame Kohlenhydrate so niedrig wie möglich haben. Und das Einfachste ist, dass man sagt, ich schaue auf grünes Gemüse, grünes, blättriges Gemüse, das ist sozusagen immer sicher und dann nehme ich mir gute tierische Eiweißquellen, die von sich aus schon mit einem natürlichen Gehalt an Fett einfach kommen und die bereite ich mir zu mit ebenfalls hochwertigen Fetten, die ich zum Kochen verwenden kann, wie Ghee oder Butterschmalz, Kokosfett, Olivenöl, ja so die Klassiker. Und wenn ich mich an diese einfachen Regeln jetzt halte, bin ich schon sehr, sehr gut unterwegs. Und viele machen es oft sehr kompliziert, indem man dann mit Tracking-Apps arbeitet und so weiter. Aber tatsächlich muss es gar nicht so sein. Natürlich können so Apps auch am Anfang mal helfen, ein Gefühl für Lebensmittel zu entwickeln, ein Gefühl für Eiweiß, für Fette und für Kohlenhydrate zu entwickeln. Tatsächlich sehe ich es aber in der Praxis, dass es oft gar nicht notwendig ist, sondern wenn ich mich so an eine Grund, einfach eine ganz einfache Liste halte zum Beispiel oder einfach an die Regel, ist es grün, ist es blättrig und wächst es über der Erde, dann bin ich da schon richtig gut unterwegs. Und dann brauche ich auch gar nicht irgendwie Kohlenhydrate zählen oder so, sondern das ist so ein bisschen der intuitivere Zugang zu der ganzen Sache. Und dann ist es natürlich so, dass ich sage, wenn mein Ziel wirklich die Ketose ist, also dieser bestimmte Stoffwechselzustand, dann sollte man das auch messen. Und das kann ich messen, also man kann diese Ketone nachweisen, im Urin zum Beispiel oder auch im Blut. Und der einfachste Einstieg ist natürlich die Messung im Urin. Das ist ganz, nicht invasiv, das ist sehr, sehr günstig, da brauche ich gar nichts großartig machen. Und für den Anfang ist das eine ganz tolle Messung und da brauche ich nur diesen Messstreifen in den Urinstrahl halten und das verfärbt sich. Und das ist einfach so ein, wie ein Schwangerschaftstest, das ist so Ja-Nein. Egal, welche Farbe dieser Streifen bekommt, es ist einfach eine Ja-Nein-Aussage. Und dann sehe ich, wenn sich der verfärbt, ah, ich mache Ketone. Super. Und wenn ich dann noch mal ein bisschen weiterschauen will, kann ich im Blut messen, das kann man auch selber machen, da gibt es so Messgeräte, wie man es vom Blutzuckermessen her kennt, wo man sich selber in den Finger sticht und dann die Ketone im Blut misst. Und das ist deswegen interessant, weil ich kann mich gefühlt ketogen ernähren, also nach diesen Riegeln. Das heißt aber noch lang nicht, dass ich auch wirklich Ketone mache. Und wenn es mir gut geht und ich meinem Ziel näher komme, ist alles gut. Also niemand muss jetzt Ketone messen. Aber wenn mein dezidiertes Ziel ist, ich möchte eine ketogene Ernährung ausprobieren, ich möchte in die Ketose und in diesen ketogenen Stoffwechselweg hineinkommen, dann macht es auch Sinn, das zu überprüfen. Ich glaube, einer der häufigsten Vorsätze im neuen Jahr und allgemeinen Wünsche, der so umgeht, ist, jemand möchte abnehmen. Ich nenne das immer, der Schwabbelbauch soll weg. Ich gehe davon aus, dass du mit den vielen Jahren Erfahrungen, die du in dem Bereich hast, auch mit solchen Klienten immer wieder zu tun hast. Was sind oder beobachtest du da Fehler, die immer wieder gemacht werden oder Schwierigkeiten, die immer wieder auftauchen, die so die ein, zwei häufigsten Schwierigkeiten oder Fehler zum Beispiel. Der Weg, wie du einen gesunden Lebenswandel entwickelst und beibehältst. Das Buch mit über 150 Gewohnheiten aus den Bereichen Zielsetzung, Ernährung, Bewegung, Schlafhygiene, Geisteshaltung und Beziehungen für einen gesunden Lebenswandel. Also der allererste Fehler ist, dass zu viel Fett und zu wenig Eiweiß gegessen wird. Ah. Denn wenn man sich ein bisschen mit Keto beschäftigt, dann ist es natürlich die Hauptaussage, der man immer wieder begegnet ist, fettreich, 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 fettreich. Und auf der anderen Seite geistert es auch immer noch so herum, dieses aber nicht zu viel Eiweiß. Weil Eiweiß, das könnte dich aus der Ketose werfen. Ja. Und wir haben zwei Probleme mit dem, dass einmal diese Vorsorge vor dem Eiweiß oder zu viel Eiweiß oder wie man es auch nennen möchte, das kommt aus der ganz strengen ketogenen Diät, wie man es halt für die Epilepsie umgesetzt hat. Auch da ist man schon weg, aber das ist so diese ganz, ganz strikte, wirklich Diät. Und das hält sich einfach, weil natürlich viel Literatur auch aus der Ecke natürlich kommt. Und das heißt, da schränken sich die Leute mit dem Eiweiß ein. Und das Zweite ist, dass zu viel Fett gegessen wird, weil wenn ich jetzt in meinen Keto-Rechner das eingebe, dann kommt da halt raus, ich muss jetzt 75 Prozent meiner Energie aus Fett zu mir nehmen. Was dieser Keto-Rechner nicht einberechnet ist, ist das, ich will ja auch, dass der auch was von meinem Körperfett mit nascht. Das heißt, wenn ich dem jetzt 75 Prozent der Energie aus Fett über die Nahrung gebe, dann warum sollte er dann noch meine Körperfett anknabbern? Kein Grund. Das heißt, diese 75 Prozent von unserem Tortendiagramm, da müsste ich eigentlich eine Ecke rausschneiden und sagen, das ist Körperfett und das ist Nahrungsfett. Und für den Körper oder für die Zelle macht es ja keinen Unterschied, woher diese Fettsäure kommt, ob die jetzt vorher in meiner Fett, in meinem Bauchspeck war oder ob die vorher oder ob die aus meiner Nahrung kommt, die ich gerade zu mir genommen habe. Das hat keine Masche drauf. Dementsprechend, und das ist echt ein Aha-Moment wirklich bei jedem Seminar, wo dann sagt, ah, deswegen funktioniert es nicht. Das ist der Grund. Also, es ist immer so diese Balance zwischen nicht fettarm, aber das muss auch nicht in Fett schwimmen, wenn ich Körperfett zu verlieren habe. Das heißt, je mehr Körperfett ich habe umso geringer kann der Anteil an Fett auf dem Teller sein, je weniger Körperfett ich habe, umso höher muss dieser Anteil sein. Also umso mehr Fett darf ich und muss ich auf meinem Teller haben. Und das ist einfach ein Ausprobieren. Da gibt es keine fixen Regeln. Das muss man testen. Und der zweite Aspekt ist, dass Abnehmen und vor allem Regulation von Hunger und Sättigung ist ganz, ganz, ganz eng mit der Eiweißversorgung verknüpft. Weil es gibt irrsinnig viel wissenschaftliche Literatur und Hinweise darauf, die zeigen, dass wir wahrscheinlich, weil Eiweiß so wichtig ist, so lange essen, bis wir unseren Eiweißbedarf gedeckt haben. Das nennt sich die Protein-Leverage-Hypothese. Also wir essen so lange, bis unser Eiweißbedarf gedeckt ist. Und das ist eben das Problem, je stärker ich mein Essen verdünne quasi, umso mehr muss ich essen. Und ich werde erst gesättigt sein, wenn ich meinen Proteinbedarf, wenn ich meine Proteinbedürfnisse gedeckt habe. Und das sehe ich dann auch, dass innerhalb von zwei Wochen, wo wir massiv aufs Eiweiß fokussieren, so Verlangen, Hunger, sich deutlich verbessern. Ich meine, das ist nicht gleich weggezaubert, aber es verändert sich maßgeblich. Und auch das mit dem Fett. Diese zwei Aspekte sind die wichtigsten Schlüsselaspekte, was das Abnehmen betrifft und was die Fehler betreffen bei der Umsetzung der ketogenen Ernährung. Das heißt, wenn jemand vielleicht die Ernährungsempfehlung der DGE gelesen hat und sieht, da steht 0,8 bis 1 Gramm Eiweiß oder ich glaube mittlerweile bis 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, das wird nicht funktionieren wahrscheinlich. Das muss drüber liegen, denke ich. Ja, auf jeden Fall, genau. Also diese Empfehlungen, diese 0,8 oder 1, Max geht es ja jetzt rauf, genau, sind ja nur dafür gedacht, um den minimalen, Minimum Eiweißbedarf zu decken in Wirklichkeit. Also damit zu keinen schweren Mangelerkrankungen kommt. Da reden wir aber nicht von einer optimalen Versorgung. Und wenn wir sagen, wir haben chronische Erkrankungen, wir haben Stress, wir machen viel Sport und so weiter und so fort, erhöht sich ja unser Bedarf eigentlich noch. Und es gibt auch neuere, neuere und Anführungszeichen, die sind auch schon 2014, 2017, 2015, gibt es viele Publikationen, die sich das auch angeschaut haben und mit sehr, sehr, also auch besseren Methoden gemessen haben, was ist denn der tatsächliche Minimumbedarf. Und da sieht man, dass der minimale Bedarf eher bei 1,4, 1,6 Gramm pro Kilogramm im Körpergewicht liegt. Also das ist jetzt nur der Minimumbedarf. Das heißt, und das war auch für ältere Menschen, die sich nicht viel bewegen. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht auch mehr Sport mache oder andere größere Belastungen habe, darf ich da auch drüber liegen. Genau. Und das ist auch meine Erfahrung jetzt immer wieder. Das ist ein unglaublich, das ist echt ein Schlüssel. Also keine Angst vor Eiweiß weiterhin, die Nachricht bleibt bestehen. Wir hatten vorhin schon das blättrige, das grüne blättrige Gemüse. Ich sage immer, das erste, was mir einfällt, ist Spinat. Brokkoli kommt meistens dazu, Mangold und solche Geschichten. Mangold bin ich kein großer Fan von, aber das muss ja jeder selbst entscheiden und mögen. Ich glaube, das steht sogar in meinem Buch drin, als eine Gewohnheit, ist viel dunkelgrünes Blattgemüse. So heißt es. Was wären aus deiner Sicht Gewohnheiten, ein, zwei oder drei Gewohnheiten, um diese ketogene Ernährung umzusetzen? So viel auch wieder für den Einstieg. Du hast es schon angedeutet, dass man sich überhaupt damit befasst, aber das ist ja im Grunde nur eine Einstiegsphase. Wenn man einmal verstanden hat, was ist Eiweiß, das ist das, was rumläuft auf der Erde als Tier, manchmal natürlich gibt es auch, gibt es auch in Pflanzenform. So was wären so Gewohnheiten, mit denen man das umsetzt? Oder was schleift sich meistens ein als Gewohnheit bei deinen Klienten? Also, worauf ich immer schaue, deshalb muss es nicht, hat es nicht direkt mit Keto zu tun, aber einfach auch mit der, mit Sättigung, ist ein, dass wir, dass ich ein Freund eigentlich von einem eiweißreichen Frühstück bin und idealerweise warm, also irgendwo, es können Eier in allen Arten zubereitet sein, das kann aber auch so was wie eine tolle Kraftsuppe sein, natürlich. Das kann es sein, es gibt so was wie ein Keto Porridge, also kann man sich auch machen. das ist ein wichtiger Habit, eine wichtige Gewohnheit, dieses warme Frühstück. Warum? Weil einmal das Eiweiß gleich in der Früh mit ein bisschen Fett dabei den Weg bereitet dafür, dass wir weniger hungrig sind über den Tag hinweg. also das, man sieht auch in vielen, vielen Arbeiten, dass so ein Frühstück sehr wohl beeinflusst, wie viel Kalorien oder wie viel ich so über den Tag hinweg zu mir nehme und jetzt natürlich, wenn es jetzt um Abnehmen geht, ist halt alles, was es mir erleichtert, meine Nahrungsaufnahme einfach intuitiv zu kontrollieren und darum geht es ja, einfach relevant und da ist so ein warmes Frühstück, ein eiweißreiches, kohlenhydratarmes Frühstück sehr, sehr gut. Auch ein warmes Frühstück sättigt irgendwie besser als was Kaltes, als so ein Joghurt zum Beispiel. Das ist jetzt mehr ein Erfahrungswert, sieht man aber auch in manchen traditionellen Kostformen, wie vielleicht auch der traditionellen chinesischen Medizin zum Beispiel, wird auch sehr viel Wert auf die warme Zubereitung gelegt und auch das sehe ich tatsächlich bei meinen Klienten, dass so ein warmes Frühstück einfach ruhiger macht und besser sättigt. Das ist jetzt einfach so eine Erfahrung, ein Erfahrungswert und wenn ich sage Frühstück, das heißt, es muss nicht um 6 in der Früh sein, das kann natürlich auch um 10 Uhr sein, wann es halt in den Lebensalltag hineinpasst, wann es einfach sich ausgeht. Manche nehmen sich auch gern einfach Suppe zum Beispiel in einer Thermoskanne, kann man sich das mitnehmen und dann auch im Büro eine schöne Kraftsuppe trinken. Das geht alles und das ist wirklich nicht nur tolle Eiweißlieferant, sondern das, auch viele Mineralstoffe sind da drin, ein guter, eben wichtiger Aminosäuren für den Darm. Das wäre sicherlich so eine wichtige Gewohnheit, auf die ich sehr viel Wert lege und wo ich auch sehr viele gute Erfahrungen damit gemacht habe. Dann natürlich, dass wir schauen, Gewohnheit ist es vielleicht nicht, aber es ist ein leichter, es hilft beim Einstieg, dass man sich auch vielleicht einen Plan am Anfang macht, weil je besser ich vorbereitet bin, umso weniger kommt mir irgendeine Bäckerei in die Quere. Das ist halt, man kann es sich einfach leichter machen, dran zu bleiben. Und Vorbereitung, vorausplanen, ist da ganz essentiell. Und das ist am Anfang einfach mühsamer, mit mehr Aufwand verbunden, da muss ich mehr investieren. Und je länger man das macht, umso intuitiver, umso leichter wird es natürlich. Das ist mit jeder Umstellung, mit jeder neuen Gewohnheit, die ich einführen möchte, natürlich so. Das heißt, Vorplanen, sich wirklich einen Plan für die Woche machen, entsprechend einkaufen, potenziell vorkochen, schauen, welche Möglichkeiten habe ich mir, in mein Büro was mitzunehmen, welche, wenn man essen geht, kann man sich die, die Speisekarten anschauen und mich vorher informieren, was es dort gibt. Das ist heute alles möglich, fast alle Restaurants haben Speisekarten online. Und somit kann ich mich da einfach schon vorbereiten. Und wenn ich satt bin, dann fällt es mir viel, viel leichter, eben Nein zu sagen. Und wenn der große Meeting-Marathon ansteht und ich weiß, ich komme überhaupt nicht zum Essen, dann muss ich mich auch entsprechend vorbereiten. Dann kann man sich eben hier eine Lunchbox mitnehmen, man kann sich einen Protein-Shake vorbereiten, man kann so eine Suppe zur Hand haben. Das kann ich auch neben einem Meeting sehr dezent konsumieren, ohne da jetzt das große Essen auszupacken. Also Vorbereitung ist das Um und Auf. Julia, ganz herzlichen Dank. Das waren sehr viele gute Tipps in sehr kurzer Zeit, wie man in Ketose geraten kann, sich in Ketose bringen kann und die Vorteile genießen kann. Wenn jemand dann trotzdem noch wie der Ochs vorm Berg steht und nicht weiter weiß und es vielleicht ausprobiert hat und nicht weiter kommt, kann er sich an dich wenden. Die Kontaktdaten, deine Website, deine Kanäle, du bist auch auf YouTube sehr aktiv, habe ich immer wieder gesehen. Die Links schreiben wir alle in die Beschreibung dieser Episode und ich würde mich freuen, wenn wir uns in Zukunft wiedersehen zu vielleicht einem anderen oder ähnlichen Thema und ich bedanke mich ganz herzlich für deine Teilnahme. Vielen lieben Dank für die Einladung. Wie gesagt, ich habe mich echt gefreut. Wenn ihr mehr über dieses Thema erfahren möchtet, findet ihr einen Link zum ausführlichen Artikel in der Beschreibung dieser Episode. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert bitte diesen Kanal kostenlos auf YouTube und auf Spotify, hinterlasst eine gute Bewertung und gerne auch einen Kommentar oder Fragen. Unterstützen könnt ihr diesen Podcast auch, indem ihr euch die Links in der Beschreibung dieser Episode anschaut. Sie führen zu Produkten mit direkter Bedeutung für dieses Thema. Abonniert gerne auch den kostenlosen Urgeschmack Newsletter unter urgeschmack.de slash newsletter. Vielen Dank für euer Interesse an einem gesunden Lebenswandel.